Musik Schon interessant gewesen, was, wie die Römer gekämpft haben, aber da war doch noch was. Irgendwas mit aufeinander hinhauen, was man ja normal nicht tun sollte. Trax, du hast völlig recht. Aufeinander hinschlagen sollte man nie. Aber den Römern machte es nun mal Spaß, statt sich selber gegenseitig zu schlagen, anderen dabei zuzusehen. Und das waren dann die Gladiatoren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 des ZDF, 2020 des ZDF, 2020 des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Applaus für unseren Sieger, Elias! Applaus für unseren Sieger, Elias! Applaus für unseren Sieger, Elias! Der Sieger hebt triumphierend den Schild, der Verlierer hat sein Schild weggeworfen und hebt die Hand, damit bittet er um die Mission, um die Entlassung. Dann darf er nicht mehr angegriffen werden, würde der Schiedsrichter dazwischen gehen. Er ist allerdings jetzt dann den Verdikt des Spielgebers ausgeliefert. Applaus für unseren Sieger, Elias! 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 Und Monologs hat den Heimkeit. 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 Meine Damen und Herren, geben Sie der Lieder eine Chance. Und Monologs hat den Heimkeit. 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 Applaus für Flammer! Was ist das Gefährliche am Leben eines Gladiators? Das Gefährlichste ist der Gegner oder die eigene Unachtsamkeit, wenn man gegenübersteht. Wie wird man Gladiator? Ja, wie wird man Gladiator? Ja, harte Frage. Gladiator wird man entweder, wenn man einen Krieg gegen die glorreichen Krömer verloren hat und dann verkauft wird in den Ludus. Oder wenn man zu oft im Spielcasino war und keine Schulden jetzt zahlen kann, kann man sich freiwillig auch, um die Schulden zu tilgen, als Gladiator einschreiben lassen. Oder aber, man findet es einfach nur so toll, dass man freiwillig sich die Qualen einer Gladiatornfolie ausliefern, sich dann um Ruhm zu ernten und Frauen zu bekommen und Geld zu bekommen, wie ein Popstar. Denn heutzutage werden auch im Ludus gehen. Das müsst ihr als Kadiatoran trainieren. Ja, das ist so. Unsere Kampflösung ist genau wie ein Boxkampf im Ring, wie man das kennt. Das ist genau wie das Gleiche. Also man lernt, seine Gegner erst mal zu gucken, wie er sich bewegt. Und daher bewegt man sich natürlich. Und jeder, klar, der Gegner wird auch gewinnen. Man übt schon mal, aber das ist nicht das Gleiche, wenn man in der Arena ist. Also wichtig ist es halt, dass man auch, je nachdem, wenn man in der Arena kämpft, Kraft und Ausdauer ist Basis. Thema Gewinnen. Was gibt es für einen Gladiator zu gewinnen? Für einen Gladiator gibt es Geld, Ruhm, Ansehen, die Freiheit und die Aussicht auf Frauen. Von Frauen, genau. Von einflussreichen Männern. Ist der Beruf eines Gladiators mit irgendeinem heutigen Beruf vergleichbar? Boxkampf. Ja, Boxkampf. Der Sport ist Boxkampf-mäßig und der Hype ist vergleichbar mit Boxstars. Okay. Oder Fußballspieler. Das heißt, man kann sagen, die heutigen Spitzensportler wären früher Gladiator. Ja, ich weiß nicht. Gut, ich danke euch. Bitte. Dankeschön. Danke. Danke. Musik 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 atus